Einer von euch übernimmt immer die Planung und muss den Überblick behalten? Dank Looping hat dies ein Ende. Legt einfach eine Gruppe an, fügt alle Mitglieder hinzu und legt los. Jeder kann Termine anlegen und bearbeiten und sieht natürlich sofort, wenn sich was ändert. Alle Termine eurer Familie könnt ihr jetzt ganz einfach in die App eintragen. Dank automatischer Erinnerung zum gewählten Zeitpunkt bleiben alle auf dem Laufenden. Und jetzt vergisst Papa auch endlich nicht mehr den Zahnarzttermin von Johanna. Looping eignet sich auch perfekt für größere Gruppen. Das Training der Rasenflitzer findet doch nicht auf dem Platz statt? Kein Problem. Einfach das Event öffnen und den neuen Ort eintragen. Einer ändert es und alle anderen werden automatisch informiert. Ihr wohnt in einer WG? Auch da ist Looping praktisch. Katrin hat diese Woche Putzdienst, steckt aber Hals über Kopf im Klausurenstress. Vielleicht kann ein Mitbewohner ja mit dir tauschen. Einfach kurz im Looping-Chat nachfragen und das Event abändern. Egal was in deinen Gruppen passiert, mit Looping wissen alle was los ist. Lad jetzt die App runter und probier's aus.